Wie hätte es auch anders kommen sollen? Astralis, die bisher nicht ein einziges Game gewonnen hatten, durften gegen Rogue ran, die bisher nicht ein einziges Spiel verloren hatten. Und Shoxx war kurz vor dem Spiel davor, einen Monolog zu halten. Naja, aber das Spiel war ein ganz klarer und verdienter Sieg von Astralis. Zwar hat Astralis das Game fast weggeschmissen, aber im Endeffekt war Rogue viel zu kocke und hat keine smarten Entscheidungen getroffen. Und so verliert man dann das Game gegen das Meme-Team Lastralis. Für mehr solcher Zusammenfassung solltest du definitiv das Plus wegmachen.